Moin Leute, und zwar ich habe eine gute Nachricht für euch. Der morgige Tag, der Montag, wird in ganz Deutschland auf allen McFit-Leinwänden, wird das Brusttraining, also das Trainingsmotivationsvideo mit Nils Schlieper und mir, für euch auf der Leinwand gezeigt. Wenn ihr also dieses Video live auf dieser Leinwand seht, dann gebt uns einfach ein Hashtag mit Hashtag Gildner oder natürlich Hashtag Schlieper. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend, ein fleißiges Training. Stay natural. Wir sehen uns.